Unsere Kräuterzusätze Freeway in Freeway Gold sind der natürliche Weg um gesunde, klare Lungen, Atemwege und Nebenhöhlen, die Funktion der oberen und unteren Atemwege und eine normale gesunde Resistenz gegen die in der Luft befindlichen Reizstoffe wie Staub und Sporen zu unterstützen. Der Augenrost in dieser Mischung sorgt für klare, gesunde Augen, Ohren und Nebenhöhlen, während Lakritz mit seiner schleimlösenden und limmenden Wirkung ideal ist, um gereizte Schleimhäute im gesamten Atmungssystem zu beruhigen. Das Produkt kann entweder mit dem Futter beigemischt werden oder, wenn Sie unsere flüssigen Produkte bevorzugen, nämlich die Produkte unserer Goldreihe, kann bei Bedarf direkt an das Maul des Pferdes gespritzt werden. Unsere Nahrungsergänzungsmittel können in Verbindung mit konventioneller Veterinarmedizin verwendet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sie bitte an Ihren Tierarzt. Führen Sie nach und nach jedes neue Ergänzungsmittel ein. Lassen Sie mindestens 5 bis 7 Tage Zeit, bis die volle Tagesmenge anzubieten. Einige Kunden fanden es hilfreich, unsere Equi-Mün oder Equi-Mün-Gold-Produkte zusammen mit Freeway zu benutzen.